Hallo Leute, herzlich willkommen hier zu meinem Weihnachtsvideo. Wie ihr seht, trage ich mein alljährliches Weihnachtsface, habe meine Weihnachtsschlosspistole dabei und freue mich, dass ihr immer noch nach so vielen Jahren Teil meiner Zuschauerschaft hier auf YouTube seid und dass wir so viele Abenteuer und spannende Themen erlebt haben. Und ja, dieses Jahr war für mich auf YouTube ein ganz besonderes Jahr, denn ich habe, nein ich nicht, sondern wir haben die 1000 Abonnenten geknackt. Tja, leider ist das Spezial ins Wasser gefallen. Die erste Hälfte der Außenaufnahmen sind schon gedreht, die liegen auf meiner Festplatte. Aber leider ist der Hauptdarsteller erkrankt und wir konnten leider dieses Jahr den zweiten Part, den ich dann natürlich verwoben hätte, nicht aufnehmen. Das tut mir leid, aber es ist nicht so dramatisch, weil es ja ein menschlicher Grund ist, sagen wir es mal so. Es gab dieses Jahr viel auf und ab 2021 in der Gesellschaft mit allen möglichen Problemen und Sonstigem. Da will ich mich auch gar nicht mit beschäftigen, auch nicht mit dieser Pandemie. Da haben wir genug erlebt. Bei mir soll es ja um Spaß gehen. Und um Spaß und Unterhaltung und um neue Welten und um spannende Abenteuer, neue Systeme, spannende Gäste. Und da erwartet euch im Jahr 2022 eine Menge. Ich habe einen Haufen noch aufgenommen, auch noch jetzt dieses Jahr. Heute nicht mehr. Heute ist ja Weihnachten. Aber meine letzte Aufnahme war gestern am 22. Und es werden große Dinge auf euch zukommen. Denn ich arbeite jetzt schon sehr, sehr lange mit ganz vielen guten Leuten an Projekten, die wir auch bald aufnehmen wollen. Und ja, ich kann euch nur sagen, das wird toll. Ich werde jetzt noch nicht sagen, was es ist. Es tut mir leid, ich kann es nicht sagen, weil da so viele Leute daran beteiligt sind, dass ich nicht sagen kann, es wird so und so und es wird das kommen und es wird das kommen. Es gibt Projekte, die nehmen wir jetzt schon seit einem halben Jahr auf und sind jetzt immer noch dran. Es gibt Projekte, die wir jetzt schon seit zwei Wochen mit ganz, ganz viel Material und Grafik und Sound und Ideen versorgen. Also das wird ein richtig geiles Ding. Und für Midgard wird das auch eine ganz große Nummer. Da freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon drauf. Das wird fantastisch. Es wird ein neues Rollenspielsystem auf meinem Kanal geben, das ich vorstelle. Ich werde ein Let's Play so ein bisschen begleiten, aber nicht ein Let's Play von mir, sondern von einem anderen Kanal. Das habe ich mir vorgenommen. Da muss ich noch die Videos erstellen, die Einführungsvideos, wo ich euch in das Let's Play einführe und dann rüber schicke zu einem YouTuber-Kollegen, der jetzt jüngst die 100 Abonnenten geknackt hat. Aber da jetzt auch noch nicht so viel. Also ich kann euch nur sagen, es passiert sehr, sehr viel im Hintergrund. Ich habe so viele Videos produziert und habe jetzt den Rücken frei, um wieder mehr Arbeit in verschiedenste Projekte zu stecken. Deswegen produziere ich auch oft Videos so vor, damit ich halt mehr Zeit habe für die anderen Projekte. Und deswegen gibt es auch manchmal so ein bisschen kürzere Videos oder manchmal so welche, die ein bisschen einfacher gestaltet sind. Und dafür gibt es aber nächstes Jahr dann die volle Härte. Fate ist dabei. Midgard natürlich generell ist dabei. Das neue Rollenspielsystem ist dabei. Game of Thrones. Und da geht es nicht nur um das Rollenspiel, sondern generell um dieses Universum Game of Thrones, das wir uns nochmal genau angucken. Ganz, ganz viele Gäste. Koali ist dabei. Herr Walter ist dabei. Ben and Paper war ja jetzt schon. Der ist jetzt relativ früh dabei gewesen. Aber noch viele, viele andere. Natürlich Doc Ratti, Moritz Melem und so weiter. Die werden auch alle dabei sein. Da arbeiten wir auch an vielen Sachen. Also ich sage euch, wie es ist. Es gab, was Aufwand anging und was auch dieses gemeinschaftliche Ding angeht. Dass man sagt, viele YouTuber arbeiten an einem Projekt oder so. Oder ich bin nicht nur die Ein-Mann-Show. Das habe ich so noch nicht erlebt. Das war 2021 für mich so der Start, wo ich sage, jo. Ich habe mittlerweile Leute auch, die mir an einem Projekt im Hintergrund helfen, wo man sagt, wir arbeiten zusammen und können dann auch, und ich bin nicht mehr so alleine. Ihr müsst ja sehen, ich bin ja auch die ganzen Jahre alleine mit Schnitt, mit Aufnehmen, mit Ton, mit Benennung danach, die ganzen Verlinkungen und so weiter. Vorbereitung, Vorbereitung, Nachbereitung, Social Media. Und das ist natürlich eine One-Man-Show. Und deswegen freue ich mich, dass ihr dabei seid und auch immer wieder reinschaut. Also ich habe jetzt letztens mal geschaut. Ich habe so in einem Monat habe ich über 400 wiederkehrende Abonnenten. Das bedeutet, dass von meinen 1.100 Abonnenten, die jetzt momentan im Kanal sind, die Leute immer wieder reinkommen. Also natürlich, es interessiert euch nicht immer alles, aber ihr kommt dann immer mal wieder, wenn euch ein Video interessiert und so weiter. Das ist eigentlich ein guter Wert. Das ist ein schöner, hoher Wert. Also, ja, da freue ich mich. Wir haben tolle Aufrufszahlen oder ich habe tolle Aufrufszahlen, tolle Kommentare von euch, die mit ganz viel Sachverstand daherkommen, über Systeme berichten, Ideen bringen und so weiter. Ich kann nur sagen, bis jetzt, toi, 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 war das, was Kontroverse anging oder Kritik oder so, relativ human. Also so, dass ich sagen kann, jo, auch wenn du manchmal vielleicht ein bisschen Blödsinn erzählst oder so, die Leute nehmen dir das nicht so übel. Kann natürlich sein, dass sie es tun und schreiben es halt nicht, das weiß man nie. Aber ich versuche immer authentisch zu sein, meine Ecken, meine Kanten zu haben und ich hoffe, ja, dass ich nicht vielen von euch irgendwie, ohne es zu wissen, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, doof rüberkomme oder so. Keine Ahnung. Ja, naja, wie gesagt, wenn irgendwas ist, könnt ihr es mir sagen, könnt ihr mir schreiben, aber bis jetzt glaube ich, dass wir das ganz gut hinkriegen. Ja, was mir sehr viel Spaß macht, was mir auch am Herzen liegt, das sind meine Reactions. Das ist halt so ein Format, das interessiert nicht jeden, aber diese Reactions sind halt ein Türöffner für neue Leute. Also ich möchte gerne die Leute von Rocket Beans zum Beispiel abholen und ihnen zeigen, was es noch alles gibt. Und da arbeite ich ja dann auch noch mit den Reactions von Ben & Paper, also Ben & Papers' Let's Playrunden, die ich dann exemplarisch dann aufarbeite. Das ist halt auch wieder nicht für jeden, das müsst ihr verstehen, diese Reactions, die sind für mich auf der einen Seite natürlich relativ einfach gemacht, aber auf der anderen Seite haben sie halt den Sinn, viele Leute zu holen und es gibt ganz viele Rocket Beans-Fans, die mir darunter schreiben, Jo, das hilft mir super weiter, ich mache jetzt eine eigene Runde, ich habe da so ein paar Anhaltspunkte und du nimmst mir auch ein bisschen die Angst an manchen Stellen oder Dinge, die ich vorher nicht gewusst habe. Und deswegen sind die Reactions auch ein Thema und die werden auch weitergehen, auch wenn die Aufrufzahlen da sehr, sehr schwankend sind, aber ich merke, dass die Leute, die sich das angucken, auf jeden Fall einen Mehrwert davon haben und deswegen werden die auf jeden Fall weitergehen. Aber, wie gesagt, das ist kein Reaction-Kanal, hauptsächlich geht es hier halt um Rollenspielbücher, um Systeme, um Regeln, um Reden über Rollenspiele, über neue Dinge kennenlernen, neue Projekte, die auf YouTube existieren, die, was auch immer, überall funktionieren, existieren, rauskommen und so weiter. Und natürlich auch immer auf meine Art, denn ich renne natürlich auch nicht den neuesten Trends hinterher, Ich renne nicht dem größten Klick-Garant hinterher, wie Dungeons & Dragons oder DSA oder so oder versuche jetzt unbedingt, da musst du jetzt in diese Nische rein, um erfolgreich zu sein auf YouTube. Nein, ich möchte das gerne so weitermachen wie jetzt in meinem Stil, vielleicht ein bisschen entschleunigter, Tasse Kaffee dabei und dann gucken wir uns das an, tauchen in Welten ein, fangen vielleicht ganz von unten an zusammen und erschließen uns dann Step-for-Step so eine Welt und fangen nicht hier schon oben an und ich erkläre euch, was abgeht, sondern ich entdecke das mit euch zusammen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Pfeiler meines Kanals, dass ich das euch, es ist quasi so, Man kann eigentlich sagen, dass das eine Reality-Show ist, die es auf meinem Kanal gibt. Wenn ich die ersten Folgen einer Serie, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Rollenspiel-System vorstelle, da ist wirklich noch fast kein Wissen dahinter und so weiter und man merkt halt, dass ich mich auch bis zum Ende immer weiter einlese und so weiter und ich denke, das ist vielleicht auch für die einen oder anderen interessant. Also weiß ich nicht, aber das ist so mein Ding, also euch immer mitzunehmen und authentisch die Eindrücke wiederzugeben, ja, das glaube ich ist auf jeden Fall eine schöne Sache und vor allem den Rollenspielen ihren Raum lassen. Jedes System hat irgendwo seine Fans und seine Berechtigung, egal ob es ein Erzählspiel ist, ob es sowas wie Rollmaster, so ein Hardcore-System oder ob es 7. See ist oder was auch immer oder Midgard natürlich. Ich bin nicht hier, ich versuche hier nicht unbedingt, auf Teufel komm raus, Krawall zu machen und irgendwelche Fehler zu suchen. Wenn was mich stört, dann sage ich es, aber in der Regel sitzen da Leute dahinter, die einfach ohne Ende Herzblut reinstecken, ja, und warum soll man diese Leute dann auch mit Arroganz irgendwie niedermachen, wenn irgendwas jetzt nicht so perfekt ist? Obwohl ich sagen muss, dass diese Leute so viel Arbeit und Aufwand da reinstecken, dass diese Produkte so hochwertig sind im Rollenspielbereich. Jedenfalls bei kleinen Publishern und so weiter, bei so Herzensprojekten. Das sind eigentlich eher die großen Firmen, die bezahlte Redakteure da sitzen haben und Deadlines und sagen, ja, wir müssen jetzt im halben Jahr fertig sein. Denn die sind eigentlich immer die, die mehr fehlerbehaftete Dinge rausbringen, weil halt die Testzeit nicht da ist und so weiter. Weil da sitzen natürlich auch Familien dahinter, die auf das Gehalt angewiesen sind und die Firma muss halt auch ihr Geld verdienen, die Autoren, die Zeichner und so weiter. Das darf man halt alles nicht vergessen. Naja, gut. Ich wollte einfach nur, weiß nicht, wollte ich einfach nur eine frohe Weihnacht wünschen. Auch wenn das hier leider nicht weihnachtlich aussieht. Bei mir ist dieses Jahr überhaupt nichts weihnachtlich. Es liegt auch kein Schnee. Es ist leider, es ist ein bisschen traurig. Aber ich wünsche euch eine frohe Weihnachten. Feiert schön mit euren Familien oder mit euren Familien über Discord, über sonstige Dinge. Was heutzutage ja wirklich eine Idee ist. Falls ihr da noch nie drüber nachgedacht habt, bevor ihr daheim alleine sitzt. Es gibt ganz viele andere Leute, die auch allein daheim sitzen, weil es halt einfach nicht geht im Moment, so wie man sich das alles vorstellt. Und vielleicht organisiert ihr euch ja da nochmal eine Pen-and-Paper-Runde auch am Heiligen Abend. Oder einfach nur so eine, wir feiern ein bisschen zusammen, Talk-Runde. So traurig das ist, so erbärmlich, wie es sich anhört. Ich weiß, wenn man das mit Maßstäben von vor zwei, drei Jahren bezieht, wo man halt irgendwie an Heiligabend daheim mit der Familie halt gegessen hat, was auch immer. Und danach vielleicht nochmal weggegangen ist, irgendwo hin. Das gab es auch. Also mir als Kinder oder als Jugendliche oder als Tweens. Wir haben Weihnachten daheim und dann sind wir um acht oder so sind wir dann irgendwie nochmal weggegangen oder so. Das entfällt ja heute auch sehr, sehr stark. Na ja, macht das Beste draus. Wie gesagt, einen guten Rutsch. Ja, wir haben jetzt schön zwischen den Jahren einige Rollenspiel-Sessions. Ich denke ihr auch. Das ist natürlich eine schöne Zeit. So nach Weihnachten, vor Silvester, auch vielleicht auch nach Silvester und so, dieser Zeitraum sehr, sehr stark. Bestimmt auch beim Pen-and-Paper-Spielen, weil da hat man einfach Zeit. Und da freue ich mich schon drauf. Da muss ich jetzt gleich noch einen Charakter fertig machen. dass der fertig ist, wenn wir spielen wollen. Muss man noch aufschreiben, wann wir spielen. Ich habe es ganz vergessen. Leute, wie gesagt, ich habe jetzt schon so lange gelabert. Wie gesagt, ihr hört das ja sowieso nur im Hintergrund, während ihr da irgendwie backt oder was auch immer. Ich weiß es doch. Ich mache das doch auch. Ich höre doch auch ganz, ganz viele Videos nur und schaue sie mir nicht an. Ja. Das war es von mir, von Micky und von Kiki. Wir wünschen euch, wie gesagt, noch eine schöne Zeit. Bleibt meinem Kanal treu. Bleibt mir treu. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Jahr wieder. Und wie gesagt, es kommt ein Haufen zu euch auf uns zu. Macht's gut, Leute. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ciao.